Hast du geschossen? Ja, ich wollte wieder rein tappen. Mit der Maus. Ich habe hier eine grüne Linie, also ich habe hier tatsächlich einen Job. Mal gucken, warum? Also aus dem Fenster, das dürfte eigentlich ein Spieler gewesen sein oder so. Achso, ja. Ne, war kein Spieler, krass. Die kleinen Scheißer nutzen die Fenster. Ist heftig, ne? Ja. So, ich komme zu dir. Grüne Linie folgen. Hier drüben höre ich Steps. Hinter der Mau. Ja, ich komme. Ich weiß aber nicht, ob es haubert HQ ist. Oh. Zwei. Ah. Das sind die Halbgewalkten. Ich sehe es aber. Oben drauf. Und von rechts. Der oben drauf ist ein bisschen weg. Pass auf. Ey, das war Bleispender. Recht? Ja. Der ist down. Wie kommst du darauf, dass das Bleispender war? Ich rette ihn. Ich rette ihn. Ich habe seinen Body aber erschossen. Mhm. Warte mal. Ich muss mal das Mikro anmachen. Äh. Sound. Bleispender. Hörst du mich? Aber ich weiß nicht, ob ich hier noch eine Taste drücken muss. Ja, sag mal. Ich hole seinen Body. Also der soll mich jetzt nicht erschießen. Ich weiß nicht, ob er es mitkriegt. Ja. Sein Body kommt von links hinten. Okay. Woher weißt du denn, dass das Fleischbender ist? Ich habe es gesehen, als ich ihn erschossen habe. Krass. Geil, dass wir uns ja in dem Spiel treffen. Alter, das ist ja krass. Sein Body kommt nicht schießen. Mhm. So. Ich muss ja jetzt langsam mal die Quest weitermachen. Jo. Ey, so krasser Zufall, Alter. Ich habe sein Body auch seine Waffe wiedergegeben. So. Komm, wir machen meine Quest weiter. Das ist ja witzig, Alter. Cool, dass du ihm geräuschen hast. Ja. Ich habe es direkt gesehen. Bleispender, 78. Ich dachte mir, ey, den kennst du doch. Cool, ne? Ja, da siehst du doch wie klein die Welt ist. Ja, da siehst du doch wie klein die Welt ist. Das wird... Ist down. Das wird ein geiles Gespräch, wenn wir das nächste Mal im Stream sind. Ja, ich kann schon wieder nichts aufnehmen. Ach so, warum nicht? Schon voll? Ich weiß nicht. Ne. Guck mal, hier vorne ist eine Dings, eine Platte. Ja. Ich kann sie nicht nehmen. Warte mal, ich nehme sie mal. Schmeiße mal hin. Ne. Was? Ich kann es nicht. Hier wurde ich nicht voll, bin gar nichts. Kannst du Escape drücken und dann mal ins Menü. Und dann wieder raus. Also mach es mal Escape, dann Settings. Ja, das funktioniert nicht bei mir. Hä, gibt es doch nicht. Ja, das ist ein Bug. Hatt ich vorhin auch schon. Hier nichts. Das kann ich jetzt hier öffnen. Ja. Aber er zeigt mir nichts an, ob da was drin ist. Gar nichts. Flasche kann ich auch nicht nehmen. Doch, hier ist Munition drin. Ja, aber ich kann es halt nicht nehmen. SKS Munition, du spielst doch gern SKS. Scheiß doch. Soll ich es mitnehmen und dir nachher geben? Also normal. Aber hier bei ihm kann ich das hier rausnehmen. Siehst du, was er hier hat. Das ist echt doof manchmal so. Egal, lass uns weiter. Achso, ich muss zurück. Hatte ich ja vorhin auch, weißt du? Ja. Wo ich wieder reinkam. Keine Ahnung. Hm. So, hier hast du die nächste Stelle. Das ist geil. Muss man nicht so weit laufen. Hier geht's jetzt wieder. Krass. Wer weiß, was es ist. Stellenbedingt. Situationsbedingt. Im Westen. Ja, wir haben irgendwo Sprüche. Wie jemand laufen hören. Oder hier. Krass. Achso, ich habe neue Aufgaben. Hier geht's lang. So, eine Feuerfliege muss ich ja noch töten. Ja, ich habe noch mit dem Fliegen. Du schießt? Nein. Draußen. Spieler. Ab ihn. Oh, RP 16. Ich nehm nichts raus. Möchtest du was haben? Nö, nö. Möchtest du RP 16 mitnehmen? Nö, nö. Spiel mal. Braucht es nicht. Also außer wenn du sie nicht mitnimmst, dann nehm ich sie. Aber ansonsten laber dich. Dann nehm ich sie nicht mit. So, ich muss aber... Irgendwas muss ich noch machen. Die Ruinen muss ich noch deinen Trick anwenden. So, jetzt. Ah, sehr schön. Ah, hier geht's lang. Ach, hier oben. Ach, das sind die Ruinen. Ah, okay. Das ist witzig, Alter. Das wäre bleist, wenn er hier getroffen hat. Ja, ist doch geil. Ja. Wer ist denn da? Ich hab keine Ahnung. Draußen von der Mauer denke ich mal. Also hinter uns, ne? Hm. Hier hinten hinter der Mauer denke ich. Hier. Okay. Linke Seite. Ich hör ihn doch schon wieder hier stapfen. Hm. Hä? Vielleicht ein Geist. Nein, zwei Irrer. Ein Gedanke. Naja, irgendwo muss ich da ja... hab ich mir schon gedacht, dass du hier wahrscheinlich rein willst. Na ja, auf dem Weg raus können wir noch ein bisschen gucken nach Loot. Okay. Gleich Spender, Alter. Mit seinem Buddy, ne? Ja. Das war geil. Das war echt lustig. Ja. Oh, hier vorne wird noch geschossen. Ich würde meine, wir waren hier schon drin, oder nicht? Der vorhin, ne? Naja, das ist auf jeden Fall der Sniper wieder, glaube ich. Müssen wir nicht nach anderer Richtung? Ja. Ich wollte bloß mal gucken, woher die Schüsse herkamen. Oh. Oh. Kriegen wir nicht mehr. Oh, ich hau Steps. Ach. Schöner Wurf. Ja. Den hat's zerrissen. Sauber. Sauber. Spieler oder nicht? Ne, äh, so ein armer Acher. Ja. Ja, witzig, ne? Wie die da aus dem Fenstchen rausschießen, die Kackvögel, Alter. Aber haben sie gut gemacht für eine KI. Mhm. Wollen wir raus? Ja. Reicht für heute. War mal ein geiler Rätz dabei. Ja, ich werd jetzt gleich abwaschen. Nebenbei lass ich mal kurz mit Roeders laufen. Ja. Zum runterladen und, ähm. Wie viel Kohle hast du jetzt wieder auf dem Konto? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Da ich einfach so viel ausgebe? Ja. Ich schau mal nicht. Loottechnisch war's zwar jetzt nichts, aber es war geiler Rät mit Bleisbänder. War schon lustig.